Hi Leute, willkommen zu einem kleinen, ja, wie nennen wir es denn mal? Gameplay-Video? Nee, Gameplay-Video ist ja ohne Kommentar. Ich muss das mal so machen. Ich habe einfach mal Bock, dieses tolle Spiel zu spielen. Ich werde es aber, denke ich, in klassischem Modus erstmal durchspielen. Ja, ich muss immer so ein bisschen auf meine Kamera gucken, ob das auch alles so hinhaut. Weil ich kriege das irgendwie nicht ganz gerade hin. Aber, so, ja. Ähm, ich nehme natürlich meinen Namen, Snake. So, ich werde, ich muss immer so ein bisschen gucken, das mit Bowser durchspielen, glaube ich. Weil mit Bowser bin ich schon mit am besten. Okay, die anderen, ich habe ja, wie man sieht, alle schon freigeschaltet. Ähm, und ich werde es auf leicht durchspielen. Ähm, so. Ich hoffe ja, der erste sieht chic. Oh. Ja, also ich habe das Spiel schon so ein bisschen drauf. Ich habe es noch nicht so lange. Äh, finde es aber eigentlich relativ cool und so. Ähm, ich warte mal, bis der Gegner kommt, nicht wundern. Und er ist weg. Hahaha, lol. Ja, der erste Gegner, den haben wir geschafft. Wie gesagt, nicht wundern, dass das Bild ein bisschen schief ist. Ähm, ich kriege es leider nicht ganz gerade hin. Mit meinem Handy irgendwie. Aber ich habe jetzt gedacht, ach komm, nimmst du nochmal das Handy. Ui. Ui, Riesen-Yoshi. Hula, das passt ja eigentlich zu mir irgendwie. Ja, Bowser, äh, also bei Bowser ist es eigentlich, der ist eigentlich stark. Aber, ui. Aber das Problem irgendwie an Bowser ist, ähm, dass er so, ja, nicht so, nicht so schnell ist. Also von der Geschwindigkeit her. Jetzt kommt Pikachu, ja, den bomben wir gleich auch weg hier. Okay, ja, das ging jetzt relativ fix. Würde ich mal sagen, ne? Also gut, das ist jetzt leicht. Mal gucken, ob da ein paar andere Videos von dem Spiel kommen. Aber irgendwie habe ich gerade so ein bisschen Bock. Na, wo sind sie? Ah, da sind sie. Oh. Ich werde jetzt einfach mal die ein bisschen so wegbomben hier. Ich finde der Bowser irgendwie cool, weil der braucht eigentlich nur einen Handschlag und dann zack. Ich spiele übrigens mit nem Gamecube-Controller. Ja. Das dürfte jetzt eigentlich auch relativ... Ja. Relativ fix gehen. Ich wollte es gerade sagen. Oh mein Gott, ey. Ich hoffe, dass das auch gut wird. Also allermaßen eben. Wie ist denn? Also es ist, wie gesagt, nicht ganz gerade, wenn ich so im Handy gucke. Zack. Also ich bin schon, wie gesagt, ich spiele mit nem Gamecube-Controller. Ist einfach angenehmer. Oh. Wo ist jetzt die letzte? Ich bin jetzt an der letzten Scheibe die Suche. Da oben ist er. Na gut, dann muss ich mal da hoch. Zack. Oh ja, der Bowser, der ist immer so ein bisschen... So ein bisschen langsam, wie man sieht. Bumm, bumm, bumm. Na gut, bei dem Gewicht, was der hat. Oh mein Gott. Oh. Da muss ich, glaube ich, woanders sein. Da muss ich, glaube ich, so. Jo. Ja. Ja, man muss ja immer so ein bisschen gucken, wenn man so am besten macht. Aber ich habe auf jeden Fall alle. Oh. 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 Und Kirby ist mein Verbindeter. Haha. Wie cool. Ja, ich verziehe mich immer hier irgendwie hier oben so ein bisschen hin. Der mit seinem Hammer da. Okay, das ging jetzt auch, denke ich mal, einigermaßen fix, ne? Und... Ja, ich hoffe, dass die Aufnahmen dann noch... Oh mein Gott. Die weibliche Form von Samus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das einigermaßen... Ey, mach mich nicht fertig hier. So. 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 Hey. So. 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 3 4 4 was macht er denn mit mir 1 4 4 4 Boah, der Wind befiegt sich. Und tschüss, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Diese Welt finde ich ja so. Okay, das ging eigentlich auch relativ fix an der Riesen-Mario. Ach du, Team Sonic. Den habe ich auch schon frei. Das finde ich voll cool. Ich bin so warm up there. Ja. Das ist sogar die Musik. Stimmt, das ist der richtige gewesen. Also wie gesagt, mich wundern. Wenn das Bild ein bisschen schief ist, versuche ich es dann auch noch ein bisschen zu schneiden. Oh ne. Oh ne. Jetzt bin ich wieder klein. Mini Pils natürlich. Boah, da kommt der noch nicht mal so da hoch. Ey, was ist denn das? Nicht wundern, ich mache es ein bisschen so gesittigt. Aber drehe ich schon mal um, Mann. Ja. Ja. Ja, das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Jo. So. Ach ne. Gehen gleich gegen drei Stück. Noch unfair geht es ja wohl nicht. Und ich habe auch nicht bereit, Partei ist denn das hier. Okay. da kommt immer wieder nach geht doch jetzt wissen die meisterhand eigentlich kommen so wenn ich mich da nicht höre ja das sind voll habe ich weiß daran meisterhund boah boah ist alles voll boah alter das riecht im natzen ja ja und ich habe 45 prozent schaden meister hand sowie viele minuten man hat jetzt gut gekämpft auf leischtürmeister ja so ist man ja noch mal schließen hier also so kleine videos die werden vielleicht auch jetzt mal kommen weil ich das spiel ja wie gesagt erst seit kurzem habe und ich finde es relativ cool und so und ja deswegen wenn vielleicht auch mal ein paar von diesen also von diesem spiel auch mal ein paar ich schließe es einfach mal los wie treffe habe ich 114 ja gut so geht ja noch ja ja und so ja dann bedenke ich mich erst mal für schon mal fürs zuschauen um und vielleicht bis zum nächsten mal bei dem spiel tschau